Musik Im Weinviertel waren 500 Jugendliche aufgerufen, super zu sein. Mehr oder weniger originell verkleidet trafen sie sich in der Sporthalle, um vor allem der Superkraft des Alkohols zu huldigen. Ich endete mit den starken Männern von Flake die Location und staunte, wer schon mal da war. Ich bin der Duckdale. Ich bin Supergirl. Schwirz und von Hörmel werde er hämmert. Ich bin das Megaheld. Ich bin die Spicegirl. Ich bin verkleidet. Ich weiß nicht. Ich bin schon fettgekommen, ich weiß nicht. Ich bin, lass mich überlegen, Catwoman. Nein, Prinzessin von Peach. Wo? Peach. Mario Kart. Ah, okay. Was kann die? Die kann alles. Die kann fahren, die kann Kurven ziehen, die kann alles. Das ist die Erkste. Neben Erkseien und Adjustierung mit Wiedererkennungseffekt, sollten Superheldinnen selbst freilich auch Superkräfte innehaben. Welche hätten denn die Hollerbrunner herum gerne? Ja, dass ich fünf Eier in der Minute legen kann. Ich würde gern die Zeit zurückdrehen können. Ah, Gedanken lesen und einfach irgendwo hinbeamen. Schnee rennen und fliegen. Fliegen war ganz leihwand. Ich hätte gern das Geld vermehren können. Glaserstrahl. Komplett leihwand. Was willst du machen mit denen? Leute vernichten. Die nicht leiden kann. Den kannst du nicht leiden? Pro leiten. Die meisten der wegen Alkoholisierung fahruntauglichen Helden würden gerne fliegen können. Warum? Dass ich irgendwie von daheim irgendwie schnell irgendwo wandersiege und zum Beispiel nach Ritz. Fliegen ist einfach so frei und so leihwand. Ja, da kann man sich alles von oben und so schön ausschauen. Was würdest du gerne anschauen von oben? In Buckingham Palace. Würde man gerne von oben und so schön ausschauen. Warum gerade den Buckingham Palace? Das ist so schön aufgebaut. Da gibt es sicher einen schönen Innenhof. Wo würdest du hinfliegen? Ich kann einmal auf irgendeine Insel auffliegen oder so. Dubai oder so. Auf die Insel Dubai? Das schaut sicher gut aus.